Warum nennt ihr eure Musik eine surrealistische Musik? Ja, wir glauben einfach, dass wir von sehr vielen Scheinrealitäten umgeben sind, die nur vom allgemeinen Sprachgebrauch als Realität verstanden werden. Und wir versuchen einfach mit dieser Musik eine Assoziation zu wirklichkeitsfremden Situationen herzustellen. Hallo, mein Name ist Peter Baumann. Ich bin ein Original-Memberer der Band Tendron Dream. Wir haben Elektronik-Musik gemacht mehr als 40 Jahre alt und es still hat eine große Influenz. Es ist eine color- und varied-Historie. Und, unfortunately, Edgar, der Founding-Member von Tendron Dream, died letzte Jahr. Und es ist Zeit, um wirklich zu dokumentieren, was er mit der Band Tendron Dream hat. Hi, mein Name ist Bianca Frosi. Ich bin Edgar's Wife. Not lange ago, wir haben eine kurze Dokumentary über Edgar und Tendron Dream gemacht. Aber, unfortunately, nach Edgar's sad death, unsere Perspektive hat verändert. Und wir möchten, dass wir viel deeper in die Leben und die Arbeit von Tendron Dream machen wollen. Das bedeutet, dass wir wieder interviewen Partner und andere Artisten, Edgar und Tendron Dream, wir arbeiten zusammen. Es war ein sehr wichtiges Zusammenarbeit, artistisch. We were committed to this thing outside of us Which is this film And trying to do something different And you're working very intensely With people who are that intensely communicable And there are little arguments here and there But they didn't mean anything You know, that intensely in sync with you On your movie It's a wonderful, wonderful experience And as years go by And you look back at them historically Many of the other experiences you have in life Kind of collapse And the standout ones are like the time I spent With these guys in Berlin in 1980 I think it's very important to keep Tangerine Dreams' musical heritage alive It comprises both a aesthetically A spectacular artistic accomplishment And at the same time is a window into a terribly important period And it has to be kept alive So I urge you to participate in the crown funding program It's nearly 50 years that the band started And it still influences a lot of musicians today And we need your support to support this wonderful documentary That will create the history of Tangerine Dreams Thank you very much in advance for supporting this project We'll be right back to you Untertitelung des ZDF für funk, 2017